Musik Eines der wesentlichen Merkmale dieser neuen Technologie ist, dass sie bewegungslos arbeitet. Man putzt die Zähne nicht mehr mit Abriebschmerkelstoffen in der Zahncreme, sondern völlig ohne jene abrasiven Stoffe. Reinigungswirkung wird erzeugt durch diese Mikrobläschen in der Ultraschallzahncreme. Das ist aber auch nur ein weiterer Vorteil. Es gibt noch zwei vielleicht wesentlichere Vorteile, nämlich einmal die prophylaktische Wirkung, die der Ultraschall hat. Das heißt, die Zähne werden so glatt, wie sie vorher nie waren und auch so glatt, dass keine Bakterien sich mehr anhaften können. Das ist für eine Zeit von circa zwölf Stunden garantiert. Danach muss man dann wieder die Zähne mit Ultraschall reinigen. Der Ultraschall vernichtet auch Bakterien, das heißt, er bricht die Zellwände auf und zerstört die Zellkerne, was dazu führt, dass der orale Bereich bakterienfrei ist. Und im Fall von akuten Zahnproblemen, wie beispielsweise Zahnfleischbluten oder Parodontitis oder Aphten oder Ähnlichem, wirkt der Ultraschall therapierend. Das heißt, er heilt diese Zahnerkrankungen innerhalb von wenigen Tagen ab. Die bakterizide Wirkung dieses Ultraschalles, das heißt, das Abtöten von Bakterien ohne chemische Keule, wird durch dieses Ultraschallgerät, das jetzt aussieht wie eine Zahnbürste, aber darüber hinaus sehr, sehr viel mehr kann, hervorragend unterstützt. Es ist eine Prophylaxe, die Sie persönlich jeden Tag in Ihrem Bad oder wo auch immer durchführen können. So, dann nehme ich die Ultraschallzahnbürste, befeuchte sie unter dem Wasser, danach mache ich die Ultraschallzahnpasta drauf, Wichtig ist, dass man sie davor im Mund komplett verteilt. Und dann nehme ich eben an, dass sie bei einer normalen Zahnbürste, wie man sie kennt, und halte sie einfach nur still auf einer Stelle. Zwei bis drei Zähne werden beschallt für fünf bis zehn Sekunden. Ich empfehle, was ich auch gemacht habe, am Anfang zehn Sekunden, weil einfach da auch wesentlich mehr abgetragen wird und später reichen auch fünf Sekunden. Sie erreichen damit das Verschwinden von Akuten als auch die Therapie von chronischen, entzündlichen Prozessen, weil sie mit dieser Zahnbürste oder diesem Ultraschallgerät, das aussieht wie diese Zahnbürste, in Regionen hineinkommen, wo sie mechanisch nicht hingelangen. Das heißt, wir haben hier in etwa eine Eindringtiefe von zwölf Millimetern. Das ist für viele Leute nur über einen operativen Eingriff zu erreichen. Und hier bekommen sie eine gründliche Reinigung aufgrund der Wirkungsweise ohne diese etwas belastende Beziehung.